Hallihallöchen Freunde des gepflegten Blöckesitzens Ich habe hier gerade ein Wesen gefunden Ich weiß nicht, was es sein soll Es ist irgendwie ein Wesen mit Händen, Füßen und einem Kopf und so Vor allem einen coolen Namen drüber Ich will auch sowas haben Ja, das ist der Julius, habe ich gehört Oh mein Gott, es bewegt sich Und es kann auch sprechen, beziehungsweise Laute von sich bringen Ja, hallo Gut, heute gibt es ein Dächer-Tutorial Und wir haben Julius hier, weil wir bei ihm ganz, ganz tolle Fähigkeiten festgestellt haben Jetzt bewegt sich nicht so viel Oh, ich habe ihn mit Und zwar kann er ganz gut Dächer bauen Er ist zwar noch kein voller Bilder, sondern nur Probephase Aber ich werde trotzdem mal mit ihm einfach das Video machen Heute lernt ihr, wie man Dächer baut Ha, wer hat das gedacht, in einem Dächer-Tutorial Dann fangen wir mal an Hier haben wir verschiedene Dächer-Typen Dann haben wir noch Dächer-Erweiterungen Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Dächer-Typen Genau Hier ist ein spitzes Dach Wie man sieht, das ist spitz Und es ist hauptsächlich im Mittelalter verwendet worden Und zumindest auch ziemlich oft in Avalon Ja, fangen wir langsam flach an Werden steiler mit der Treppe Also Hauptstufe Treppe Ein Blockunterschied, das zweimalweise länger geht Dann zwei Irgendwann drei und so weiter und so fort Das wird immer spitzer Dann haben wir hier das Gleiche Nur nicht ganz so spitz, sondern dass es erst flacher ist Dann langsam steiler wird Aber trotzdem im Grunde spitz ist Drehen wir uns um Da haben wir das Gleiche nochmal Nur ein bisschen anders wieder Steht ganz toll, nicht so spitzes Dach Hier haben wir den absoluten Standard Den man sehr selten verwenden sollte Weil er Standard ist Einfach Treppen 45 Grad Winkel nach oben Hinten haben wir etwas Ja, nichts so Beliebtes Und nichts so Gewolltes Ich hab's jetzt einfach mal mit reingepackt Weil man's manchmal ganz gut brauchen kann Es ist halbrund Und wird oft bei Bauernhäusern Und Bauernhöfen und sowas verwendet Kann man sehr gut mit Strohdöchen ausschmücken Dann kommt das sehr schön rüber Was haben wir denn hier noch? Ah ja, hier haben wir noch Eine Parabelform Oder auch flach zulaufendes Dach Genau So tolle Namen Es ist oft im nordischen Stil verwendet Und ein Schrägdach Das ist schräg Allerdings sollte man das jetzt nicht Also wirklich komplett Ein Dach machen, das einfach immer nur so weiter geht Sondern das ist eher für Teile eines Daches So ranfügen Oh, das ist eine Kerme Ja, das Darauf komme ich später nochmal zurück Sag ich mal so Also, das Ja Kommen wir zu den Erweiterungen Reden wir mal Ich folge dir jetzt einfach mal Alles klar Wir Gucken hier mal so Und hier steht Dachabgrenzung Dachabgrenzung Wow, genau Äh Hier kann man das ja schon sehen Hier haben wir übrigens wieder unser Kleines Flachdach Oder wie wir es nennen wollen Schrägdach Und dieses Schrägdach Genau Und hier haben wir eine schöne Abgrenzung Dächer müssen Meiner Meinung nach Wenn sie schön sein sollen Und interessant Brauchen sie einfach Abgrenzungen Es gibt nichts hässlicheres Als ein Dach ohne eine vernünftige Abgrenzung Ja, was kann man noch zur Abgrenzung sagen Äh Beispiel Ja, es gibt verschiedene Materialien von Abgrenzungen Genau, die haben wir hier Neben Bei Reichen würde man eher Den Ähm Stonebrick nehmen Ja Ja Bei Ärmeren Wäre das dann der Cobblestone Bei Holztächen auch manchmal Holz Und so weiter und so fort Aber Stein ist eigentlich das Gängste Genau An sich könnt ihr bei den Erweiterungen So viel variieren wie ihr wollt Genau Okay Da hinten haben wir noch schönen Stein Was steht denn hier auf dem Schild? Dach Abgrenzungen Teil 2 Wow Ja Ähm Man kann auch Um das Dach halt interessanter zu stalten Mit dem Dach halt Abgrenzungen schaffen Das geht halt auf zwei verschiedene Möglichkeiten Entweder man macht es wie hier In das Dach Das sollte man dann aber eher in der Mitte machen Und nicht am Rand Weil es gibt nichts hässlicheres Als wenn man hier am Rand Moment, ich zeig's kurz Die Abgrenzungen nicht so deutlich macht Und einfach Hier so Böse Treppe Genau Böse Treppe Böses Kabel Einfach so abgrenzt Dass es halt direkt auf einer Ebene ist Also das was Jetzt da gezeigt wird Sollte man wirklich nur In der Mitte des Daches verwenden Und halt die herausstehende Art Die man halt überall verwenden kann Und halt auch immer am Rande Um jetzt nochmal klarzustellen Wir verwenden natürlich nicht alles Also wir zeigen nicht alles Was es so gibt Ähm Man kann unendlichfach variieren Allein schon bei den Dächern Und das ja Generell auch bei Häusern Genau Dass man Wenn wir das alles zeigen würden Wahrscheinlich drei Tage dran setzen würden So ja Wir zeigen jetzt einfach mal Nur die gängigsten Und Großteils Was wir hier in Palandria verwenden Genau Was haben wir hier noch? Hier ist ein sehr gängiges Und zwar Der nordische Stil Der geht einfach von Wenn man Das schwarze ist immer die Häuserwand Sollte glaube ich klar sein Hoffen wir mal Immer raus geht Ein Stückchen Bei jeder Bei jedem Anstieg quasi Genau Man kann das aber auch sehr schön Bei dieser Nicht gespiegelten Bei der gespiegelten Parabel machen So sieht das dann auch sehr schön aus Wie wir dort hinten hatten Ja Das war es jetzt einfach mal zu den Typen Und den gängigen Erweiterungen Beispiel? Beispiel haben wir hier Beispiel Das ist ein schönes Gebäude von Julius Wo fast alle Dächertypen Wo wir jetzt hier so zeigen Vereint sind Und ich denke Da du das gebaut hast Erklärst du das am besten mal Ja also Fangen wir erstmal an Was sehen wir hier? Wir sehen die Abgrenzungen Rennen wir weiter Was sehen wir? Die andere Abgrenzung Wow Also es scheint schon Viel interessanter Weil wenn man jetzt hier Das einfach nur rot Durchgängig macht Ist das auf Dauer Langweilig Und deshalb haben wir hier So ein Ding reingepackt Egal Mach's später wieder Was sehen wir hier noch? Hier sehen wir unten Findest du mich? Ah da Ja ich seh dich Hier unten sehen wir noch Dieses schöne Flachdach Was wir hier haben Das haben wir auch Mehrere Male noch Das haben wir noch Hier Wo wir das in Direkt darüber Genau Übergehend in einen Spitzen Ach das ist ein Ne das ist ein 45 Grad Winkel Genau Was einfach nur Also ich mag das nicht Damit zu bauen Aber es ist einfach nur um Diese Dachformen ein wenig Abwechslungsreicher zu gestalten Und halt ein Kontrast Zwischen den Spitzen Dächtern daneben Hervorzuheben Sozusagen Ja dann haben wir hier noch Ein hässliches Dach Das ist hässlich Das musst du noch Ändern Das weißt du Ja komm schon Okay Ja mach ich noch Allerdings ist das einfach Ja hässlich Was kann man dazu sagen Es ist halt so ein Sehr flach Flaches Dach Und so Pyramiden Standard Ja Standard Flach Pyramidenförmig Was weiß ich Ja Ähm Was haben wir denn noch hier Ja kann man auch ganz gut sehen Ähm Die Die Unterschiede zwischen den Dächern Also sie Sie laufen nicht Wenn man von vorne sieht Sind sie immer ein Stückchen Weiter nach hinten versetzt Was nochmal ganz viel Ja nicht wirklich Kontrast Aber Ja es gibt etwas Was mir der Name nicht einfällt Einfach um Abwicklung Einfach um Abwicklung reinzubringen Genau das meinte ich Äh das 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 Dingsbums hier Das Dingsbums hier Das große Hier haben wir übrigens noch ein Spitzdach Fällt mir grad ein Oh So ne Art Es ist von Wie praktisch Von Aballoner Stadttor Genau Ähm wie praktisch Ähm Das ist ein bisschen Kunst Das zu bauen Aber im Grunde baut man ein Gerüst Von allen vier Seiten Des runden Turms Und dann füllt man das Im Grunde auf Aber Das muss ich auch noch lernen Diese Dachform Muss ich dir das noch lernen Okay Ja Ja äh Was haben wir noch zu erzählen Balkon glaube ich Oder wo war er Hier war ein Balkon Genau Hier haben wir ein Balkon Das ist übrigens auch sehr schön Um Abwechslung ins Dach rein zu schaffen Genauso wie äh Ah da haben wir Ja Oder wenn einfach mal irgendwo ein Dach Nicht in ein anderes Dach Überg übergeht So wie hier Genau Ähm Baut man einen Balkon hin Das Das Zum anderen hat der Balkon Schönen Sinn Ähm du kannst dann auch Auf die anderen Dächer sehen Wenn er so hoch ist Genau Äh zum Thema Auf die anderen Dächer sehen Was ein Haus sehr abwechslungsreich gestaltet Wo ich das allerdings Nicht hier verwendet habe Sondern bei der Räucherei Äh wäre Äh Kamine und Türme in Dächern Das ist auch Ich glaube das können wir mal zeigen Können wir Tischerhafen Ich Ich hätte auch Ich bin mal beim Fischerhafen Ähm Hier das kann man auch Beim Walfänger sehen Ein schöner Turm drin Und hier ist eben ein Kamin Moment Moment Kannst du gerne zu mir geben Ah Jaja ich bin ich bin da Hier haben wir äh Meine kleine Räucherei Um nochmal zu zeigen Hier haben wir jetzt Dargestellt durch Holz Dass das nicht so ein reiches Haus ist Und der auch eben durch die Kobbel Sonst haben wir bei den reicheren Häuser eben Ähm Bricks Stormbrick Genau Der ist das rote Zeig Hier haben wir unseren schönen Also Kamin Dadurch erscheint Halt ohne den Kamin wäre das Äh Haus sehr Ja Vor allem eine Räucherei glaube ich Braucht den Kamin Ja Kann man noch was sagen? Da läutet ein Telefon im Hintergrund Ich denke mal Das ist der Schlussfilm Genau Naja wir sind ja keine Super Hyper Profis Wo das irgendwie relevant Wird noch Wird noch Gut Ähm Ist übrigens noch ein Gebäude von Julius Weil der eben so coole Dächer baut Wuhu Ähm Ja dann würde ich mal sagen Falls ihr Fragen habt Ähm Fragt sie Haha Falls ihr Wünsche und sowas habt Für Tutorials Falls ihr irgendwie wissen wollt Wie baut man sowas Oder was ist relevant bei Keiner Ahnung Türm, Fassaden Bau eines Riesendildos Irgendwie sowas Genau Schönes Beispiel Weil wir das auch so oft Dir verwenden Ähm Ich werde euch noch ein kleines Bild Wahrscheinlich in die Ähm Ja in die Beschreibung packen Da sieht man diverse Dacharten Die kann man In Minecraft eigentlich Ganz einfach ohne Viel Wissen Nachbauen Sind 18 an der Zahl Glaube ich Und Zur Verwendung Denke ich sind sie Ja klar Gut Dann war's das mal Ja schlägt mich Jupp Ich stirb Äh ich stirb Finde ich gut Ja Schlusswort Bis zum nächsten Mal Möge der Block mit euch sein Wie Olli so schön sagte Tschüss